Kontaktlos bezahlen geht ab sofort auch mit dem Smartphone. Mit der Elba Pay App wird mein Smartphone mit nur einem Fingertipp zur digitalen Bankomatkarte. Zahlungen sind so sicher wie mit der Raiffeisen Bankomatkarte. Ich kann auch mit dem Smartphone bezahlen, ohne die App extra zu starten. Eine PIN-Eingabe am Kassenterminal brauche ich nur bei Beträgen über 25 Euro. Mit einem eigenen PIN kann ich den Bezahlvorgang zusätzlich schützen. Meine kompletten Umsätze habe ich in der umfassenden Übersicht immer im Blick. Elba Pay ist einfach und praktisch. Die App informiert mich bei der Ersteinrichtung über die nächsten Schritte. Neben einem Android Smartphone brauche ich nur noch eine SIM-Karte der neuen Generation für mobiles Bezahlen und einen geeigneten Mobilfunktarif. Das alles bekomme ich bei meinem Mobilfunkanbieter. Und von meiner Raiffeisenbank gibt es die digitale Raiffeisenbankomatkarte, die ich auch bequem online bestellen kann. Mit der Elba Pay App erledige ich einfach, schnell und sicher meine Zahlungen. Jetzt Elba Pay App downloaden und testen! Do Untertitelung des ZDF, 2020